Liebe Community, Zockerfreunde, liebe Abonnenten und alle, die auch in die Kommentare schreiben. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Heute Sonntag, wir haben heute 24.3.18 Uhr. Wir haben jetzt 20 vor 11 Uhr. Der Moneymaker ist natürlich für euch heute auch wieder unterwegs und versucht das Beste rauszuholen. Wird gleich die Abo-Wünsche natürlich spielen, wie gesagt. Und auf jeden Fall erstmal ein riesiges Dankeschön für den ganzen Support, den ich hier jetzt in dieser Woche, seitdem ich meinen Kanal habe, bekommen habe. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber wie gesagt, ich versuche einfach real zu bleiben. Ich versuche korrekt zu bleiben. Ich versuche die Wahrheit zu filmen. Ich versuche kein Proll zu sein. Ich zeige kein Geld. Ich quatsche nicht davon. Wie auch immer, ich versuche einfach nur korrekt zu bleiben, weil es bringt mir ja nichts, dass ich sage, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes und nachher kommt von mir nicht mehr viel. Also auf solche Aktionen habe ich keinen Bock, denn alles ist gut, alles läuft gut, mir geht's gut. Ich baller heute natürlich wieder was raus. Wie gesagt, wir haben 20 vor 11 Uhr. Ich gebe jetzt Gas und bin ungefähr 20 Minuten in der ersten Halle. Werde da die Abo-Wünsche spielen, wie gesagt. Und auf jeden Fall danke für den Support. Weiter, Leute. Abonnieren, Daumen hoch und let's go. Bis später.